Leck Wie man die Knöpfe gehört hat bei jeder Aufnahme Okay Hallo und herzlich willkommen zurück zu TTT Mit dabei ist die Navoka Hallo Der Reaper Der Cyberbot Guten Tag Der, der Snay Guten Tag Digger Der Traitor Hallo Und ja Und ich bin auch dabei Der ist unwichtig Der ist einfach dabei, weil wir uns krank gefunden haben Wir brauchen jemanden, der die Folge einleitet Deswegen kicken wir den jetzt auf Die Folge ist ja eingeleitet Du kannst jetzt gegien Du kannst jetzt gegien Nein Hast du mich gerade Die Identität klauen wollen? Nein, ich schupps Schupps guys Habt ihr gerade auch einen Grab Hill Hook gehört? Wer hat einen Grab Hill Hook? Habt ihr es nicht gehört? Ich sehe den Es hat jemanden Grab Hill Hook Ja, der ist hier oben bei den Fässern Es ist Snay Was? Nein Hey warte, die müssen wir auf den Ich kann da auch nichts drücken Ich kann da auch nichts drücken Warte Ich dachte ich bin Tick Ja, der ist halt der einzige der hier war Hey War er selbst Ja, sperre mich da drin Ja, okay er war's Hey Bloll Da oben ist er jetzt von mir Ja das war ein Märtyrer Ja das war ein Märtyrer Ja Wann war er ist weggeflogen? Ach Wann war er ist tot? Ach geil Hat dir lange gehalten Ich habe jetzt nicht drauf geschossen Weil ich mir nicht sicher war Aber ich habe den Grab Hill Hook auf jeden Fall gehört Warte mal Hast du jetzt den Grab Hill Hook? Nein Warum lässt du sowas denn liegen? Warte mal Ich nehme ihn mal mit Ich habe ihn jetzt schon genommen Ah hast du jetzt schon, okay Willst du ihn haben? Star Wars lebst du noch? Ja Reaper lebst du noch? Nein Ich habe zwar erst überlegt, sie auf die Couch zu legen, aber... Ja, leg sie auf die Couch, richtig schön, episch. Episch. Ich hätte ja Navo theoretisch umbringen können, um meinen Traitor-Kollegen wiederzuleben. Ich hätte den Reaper umbringen können, weil ich war vorhin mit einem... Mit einem Raubi... Allein. Ihr könnt euch doch duellieren, oder nicht? Nein, können wir nicht. Fiber und Reaper doch. Nein. Wir waren ja in einem Raum, ich hatte ihn nicht getötet. Ich bin eigentlich noch nicht proven, aber ich habe den mit dem Grappler-Operat und habe es direkt gesagt. Ich bin so nett. Ja, aber du... Also eigentlich bin ich so halb proven. Du tötest mich sonst immer, also von daher vertraue ich dir jetzt eigentlich. Du tötest mich sonst immer. Sonst immer. Ähm... Nein, er kommt mit seinen Fässern nach. Also aus meiner Sicht sind es halt... Wow! Ne! So. Alter Schwede. Loll! Was wurde da gerade aktiviert? Na, wo lebst du noch? Ja. 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 Kollateralschäden. Oh, zum Glück. Kollateralschäden. Tut mir leid, ihr zwei. Nein, Snale was machst du denn? Weisst... ... Bob, man unserem Verbot von Cyberbot erschossen, und ich adolescents, medemer die Welt von der Kuhn und umdrehen und das war's nicht und mann da oben drauf kann ein Versuch das doch nicht auch das macht das wenn du in der Hände Ebenstel das machen ich bin der St denn ich kaufe so ein Defi nachkommt der Knügel reichen die Hälfte die Hälfte ja ich hab doch gesagt den Defi ich weiß aber genau an Moins hab ich mir ein Defi gekauft, das ist so geil verschwendender Punkt hättest du ja ein Innocent wiederbeleben können ja aber ich hab doch gesagt ich hab doch gesagt Inno es ist. Keine Ahnung. Die vielleicht ja wohl, sehr wohl wohl. Nein, ich dachte extra, weil du, Alter, ich muss bis Zeit dir nicht so intelligent. So, ich bin dann jetzt auf Office Building hier. Also Leute, ne, hier geht's nach Office Building. Wow, was ist denn? Er schießt Wann war? Bitte was? Warum? Wann war bei mir? Wann war er schießt? Okay, wann war bei mir? Er hat nichts gemacht. Ich bin in Office Building. Das ist ein Office Building. Beziehungsweise den doch nicht fertigen Teil davon. So wie es aussieht hier. Warum spielst du in einer Leiche? Der ist, ne, da ist er. Ne, er ist jetzt nach. Lol, okay. Ey, warte, Mann, Alter. Oh, das ist keine Tür. Warum karrst du wieder zu hier? Wann war er an nichts gemacht? Ich hab das Wasser in die Luft, Richard. Ich dachte auch schon, was ist denn jetzt los? Das ist richtig. Herr, Mann war doch gar nicht in die Nähe. Herr, wann war er mich angespart? Alter, Mann war. Ich hab mich nicht mehr erinnern. Für mich war ich ganz genau Wann war. Ey, ich nach oben folgt jetzt Reba damit, dann schießt der Einwanderter auf. War, Alter. Mein Karma geht gerade sowas von in den Arsch. Nein, das war Wann war für mich. Eindeutig. Wann war war... Wann war war... ...angespart. Was ist mit Sparta? Hast du einen Spatenkick gekauft, oder was? Äh, wunderbar nicht. Ich hab gar nichts gekauft. Ich hatte ja nicht mal die Zeit. Ich hab mir nur einen Märtyrer geholt am Ende noch. Ich wusste nicht, was wir kaufen sollen. Oh Mann, jetzt hätt ich hier nur eine Rifle. Das gibt's doch nicht. Ich hab eine Sorte und eine Diege. Ich bin glücklich. Nein. Hier ist ein Schrank. Eine Shogomonie. Was ist denn hier? Der Slay. Ich wollte die Shotgun haben. Ich wollte die Shotgun haben. Tut mir leid. In die Luft geschoben. Leute, aber niemand hat ein Perpet. Ist das wieder ein Perpet? Sind da... Da ist die Kamera. Was ist ein Perpet denn? Hallo, Wann war. Ach, das ist ja genial. Die Kamera funktioniert ja. Das ist genial. Hey, das ist wie Apple, nur mit einer Birne hinten drauf. Logik. Eine Apfelbirne. Eine Apfelbirne. Nein. Ja, das ist wie ein Perpet. Aber, wichtige Frage, ne? Der Apfel, der da hinten drauf ist, ist ja ein Gwenysmith, ne? Wo ist die Kamera denn? Oh, ich weiß nicht, aber man... Wo sind Turtles? Hier, wo ich bin, müsste man mich sehen, glaube ich. Wo sind Turtles? Ninja Turtles? Ich glaube übrigens gerade mit Exo rum, ich bin wahrscheinlich gleich tot. Bist du ein Alte kaufen? Wo bist du? Das sieht aus wie mein Handy. Wo warst du denn, hä? Hinter dir. Das ist ja echt mit einer Birne. Ja, doch, gerade oben. Ach, das bist du. Achso. So, ich hab mal das Alte ordnungsgemäß entsorgt. Reeper, darf ich das wieder packen? Ein Pear-Pet. Ein Pear-Pet. Ein Pear-Pet. Habt ihr jetzt die Turtles entschärft mal? Ich weiß nicht, wo die sind. Ich hab die Menken entschärfen. Was passiert hier eigentlich gerade? Die Hälfte ist mir schon tot, ne? Ich, 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 ich knall grad Turtles überhaupt. Ach, na dann. Das ist ne gute Idee, die Turtles überhaupt zu schießen. Wo sind die denn, die Turtles? Die sind bei der Kamera. Bei dem Kamera. Bei der Kamera? Meinst du bei den Computern, oder? Ja, bei dem Computer für die Kamera, genau. Ja, hier, ich weiß jetzt nicht, wo die sind. Da sind denn so... Da, wo man die Kamera sieht, oder wo die Kamera ist? Exo, du siehst mich, ne? Ja, ich seh dich hier. Die sind dann auch lebende Turtles, irgendwo. Nö, knallte tot. Ja, noch mehr Munizien. Gut, das ist doch gut. Ja, weil ich gut bin. Tastatur! Oh, da ist gerade jemand runtergefallen. Oh, da ist gerade jemand runtergefallen. Oh, da ist ein Fall neben mir. Ich check nicht, warum. Fade oder... Hä? Fallschaden! Ach, das ist, glaube ich, ne... Ich hab die Tastatur gekillt! Was? Die Tastatur war doch voll weit weg. Du bist durch Fallschaden gestorben bei mir. Das ist it. They fell to the death. Du bist durch Fallschaden gestorben, nicht durch ein Propkill. Vielleicht ist er von der Tastatur gefallen. Hä? Genau, das kann gut sein. Äh? Durch die Tastatur? Du bist nur 10 Meter von dem Typen weg. Äh, Snay, da ist die Fass-Dingsbums da. Fassbrowser. Fassbrowser? Ja, das ist Fassbrowser. Ich jag die Fässer jetzt in die Luft, du witzige Schwester. Ich will jetzt nicht einen hier. Funktioniert das eigentlich nicht? Ne, warte, ich hab doch ne Pistole. Oh, das funktioniert. Ne! Ich hab die Gläser kaputt machen wollen. Da ist jemand gestorben. Ja, Snay oder Exe. Wenn Exe nicht, dann ist es Snay. Hä? Oh, ne. Dann ist doch nicht Snay. Ich hab den T-Kill, dann ist es Snay. Oh, ich hab die Millionen-Miner. Ähm. Und wer ist das? Ja, wenn... Los, lass mal die T-Lights da liegen. Äh! Oh mein Gott! Oh Mann, ey. Oh. Oh, gut. Gut gemacht. Oh, wann war... Ich war wo, ne? Wie? Das war keine Upstate. Wie kann ich denn keinen Schaden sterben? What? Ich schaue es auch nicht. Du bist in die falschen anderen gestorben. Ich hab nix gemacht. Du sagst, du hast... Du hast... Du hast... Das war wirklich keine Ahnung. Ich hab dich nicht mal mit der Tastatur berührt. Ja, aber du sagst, du hast... Du hast... Du hast... Du hast... Du hast... Ja, ich hab... Ja, ich hab mich auch so... Ja, ich hab mir auch so... Ja, ich hab... Ja, ich hab... Ja, ich hab... Ja, ich hab... Ist das eigentlich gewollt, dass man die Bombe vielleicht so aus... Zwei Meter Entfernung erst... Das ist eine Annäherungsmine. Ich dachte, das wär ne C4... Dings. Das ist eine Annäherungsmine. Nein, das ist keine C4, Vanvaar. Das ist eine Annäherungsmine. Und das heißt, ein C4, nicht eine C4. Gut, eine C4-Bombe können wir sagen. Eine oder zwei oder drei. Eine C4-Bombe. Was du immer sagst, ist rechtschreibmäßig auch nicht korrekt. Also... Mr. Vanvaar haben sie grad... Geschoppt? Nein, ich habe da auf diesem... Was hatten sie? Hatten sie gerade ein wundervolles Messer in der Hand? Ein Messer? Äh, hätt ich gerne. Hä? Also, ne. Bam, bam. Also, du hättest gerne ein Messer. Hättest du auch gerne eine Superdisco, die ich gerade in Hand zünde? Äh, ja, hätt ich auch gerne. Warum liegt da ne Leiche? Nur, bringt du hier nicht so leiche. Weil, du hast dich, schätze ich. Ich wollte hier nur ein Stuhl hinstellen. Hey, lol. Wie ist der gestorben? Äh, lol. Durch den Deagle-Headshot. Exe! Ne! Äh, Weeper! Ah! Ja, ja, ja. Hinter der... Okay, haste, 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 Exe, haste, Exe. Gut. Ja, ja, ja. Heißt, ich brauch ne Strider? Ja, mach ich. Ja, mach ich. Äh, durch dich. Ja, ach, mit der Pump-Shotgun, oder? Ja, genau. Ähm, ich würde sagen, ich schätze ja, du bist gleich tot, denn der hat nen Fail. Wir haben... Das war ja sofort. Exe, du bist tot! Runterwerfen! Mach mal hinter dir das Fenster kaputt. Genau. Gut, ich weiß runter. Spring, spring lieber in den Tod. Ist die Sprache geringer. So. Exe... Ah, Fate hat er schon mal nicht gehabt. Cyber oder Snail, vermute ich mal. Obwohl, dass ich gar nicht, Fate ist ja irgendwo da, aber... Snail, Cyberbot oder Nabo. Ja, wow, es sind auch die Rechte, die noch übrig sind, wow. Ja, ich denke aber eher Snail oder Cyber. Wo bist du? Also ich bin hochgegangen. Komm mal, wir... Äh, Snail ist es. Was? Nein. Snail ist es? Wo, wo, wo? Warte, ich schüsse hier. Oh Gott. Sorry Snail, hat nicht ganz so funktioniert, wie ich es gedacht hatte. Ja, meine Plasma. Cool, ja, meine Waffe hat mitgemacht, Mann. Was wolltest du machen? Exe fast hätte ich dich auch noch bekommen mit der Diegel. Äh, ich hatte eigentlich vor, runterzuspringen und abzuhauen. Nur ich bin beim Runterspringen in den Deathringer gekommen. Ja, schon die Mensch. Und da ist schalte die Gehätschert und deswegen hat Cyber direkt alles auf dich schieben wollen. Ja, du, Alter. Die Gehätschert. Die Gehätschert heißt nicht automatisch ich. Das kann auch eine Deathringer-Leiche sein. Da steht immer ein zufälliger Grund. Ja, aber trotzdem. Bei Diegehätschert denke ich meistens an dich. Außer ich weiß, dass ich ihn getötet habe. Dann habe ich ihn auch getötet. Dann weiß ich das wenigstens. Mann. Ja. Haben wir das auf jeden Fall geklärt. Mhm. Aber in dieser Runde nur wir zwei. Äh, äh, äh. Ein Mr. Wanwar. Wanwar kam es da außer beim Diegehätschert. Der kann auch gut mit der Diege umgehen. Ich seh, ich seh, ich seh. Wenn er die Diege denn mal benutzt. Ja, wenn ich die benutze, das ist das Problem. Dann kannst du gut damit umgehen. Aber er benutzt sie nicht letztlich. Er benutzt sie selbst in letzter Zeit. Aber er hat sie immer öfters benutzt. Ja, weil ich immer meine Hauptwaffe habe. Unter zweitwaffe wechseln ist mir irgendwie zu... Hä? Ist das schon jemand? Oh, was? Alter, ich möchte verdammt gerne mal. Wer hat jetzt die Fässer verschossen? Keine Ahnung. Hexe oder Reaper? Wo bist du denn? Okay. Man, ich bin der Schotgang. Hexe oder Reaper? Schnee ist schon wieder tot. Aua! Hexe. Durch was? Also ich war's nicht. Ich hab ne Omschneiber und hatte noch Vollschuss drin. Na, wo lebst du noch? Ja. Ich guck kurz hier, wo Muni ist. Wie ist denn Schnee schon wieder gestorben? Mit dem Fässer. Schneeleiche. Yeah, Schneeleiche. Eine Schneeleiche? Eine Schneeleiche, genau. Eine Schneeleiche. Dem geht's nicht so gut. Soll ich den im Wikingerbegräbennis geben? Dann werf ich da ein Insti rein. Nein, der soll hier auf der Couch sitzen. Der muss sich ein bisschen entspannen. Ja, der kotzt. Ich will sogar kotzen. Das ist doch Entspannung für Schnee. Darf ich mal versuchen, Navo? Nein. Ne, ne, ne. Nur mal hinlegen. Nein, der lag da gerade gut. Ich hab den Arm gerade viel entspannter hingelegt. Ach, da oben bist du deswegen. Hast du shoppt? Ich bin gerade stehen geblieben, um dich zu... Gehen wir einfach von den Fässern weg. Das kann ich machen. Wer ist das? Ich kann den Namen nicht sehen. Das ist Navo. Ich bin auch noch da. Ja. Wo bist du Wann war jetzt? Ich bin bei allen. Ich bin hier in guter Gemeinschaft. Rieper ist sehr gut. Wir sind alle hier bis auf Schnee. Ja, Schnee ist auch ein bisschen... Schnee ist ein bisschen tot. Das bisschen bis auf... Tau. Hat es geklappt? Ja, es hat geklappt. Wann war, nein! Wann war, nein! Wann, ich hab's überlebt. Ja! Nice Wann, Wann war, nice Wann. Ui, ui, ui. Alter, Wann war. Wann war, kann mit Tauben gefährlich werden. Wann war, warte. Ja, ich bin gut zu Vögeln halt, ne. Wann war, alles hier in den Kopf zu töten, auf einmal. Aber er hat es auch geschafft, den T zu überleben zu lassen, ne. Deswegen meine ich ja, er ist geskillt im Umgang mit Tauben. Ja. Navo züchtet sie, aber Wann war, wann war, fängt sie an. Wann war, gib doch den letzten Schliff. Genau. Da klebt er noch einen Taubentrainer. Und dann geht das. Völle Arsch und dann. Sag mal, warum sammelt der die Waffe hier nicht auf? Keiner, die ich nicht mag. Ähm, ja, ich hab den Traitor schonmal. Ich weiß schonmal, wer Traitor ist. Warum? Hallo Reaper, du bist Traitor. Ich hab dich beim Shop, äh, ich hab gesehen, wie du davon erzählt hast. Ja, ja, ja. Auch wenn du jetzt noch einmal irgendwas abdrückst oder so drückst, kann ich mich in jeder Runde einfach random ab. Ganz simpel. Ich drück aber nicht ab. Ich hab aber ne Sprachwagrainer von 99 Blödsinn daher, dass das war's. 90 Prozent. Bla, bla. Ich hab aber gar nichts. Hey, Wann, was ist das? Hey, Wann, was ist das? Hi. Willst du mit mir ein Buch lesen? Hier steht, was über Java. Lesen wir ein Buch. Java. Der erste Programmier-Satz. Ich hab das nicht so schön, Alter. Ich kann leider kein Java. Ich hab aber nicht so viel Müll gehört. War sehr spannend, wir sollten Chuck Norris anrufen, da sollen wir mal drangucken und dann sagt uns was drinsteht. Oh ja, oh ja. Alter, was ist hier grad los? Was ist mit meinem FPS los? Alter, ich bräuchte mal... Hey, Wann, 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 Wann. Komm mal runter zu den Bücherregalen. Ja. Hast du den Detringer gehört? Hier sind mehrere Bücherregal. Ey, übrigens hat gerade jemand einen Detringer angemacht. Komm runter zum Flügel. Okay. Oder Flügel. Okay. Ich glaube, ich weiß, wo der ist. Navo warst du die ganze Zeit bei Reaper? Nee. Ach, ich glaube, da warst du. Da warst du. Na, du bist schon wieder so zielstrebig gewesen. Hallo, Navo. Guck mal. Kannst du bestätigen, was Reaper keinen Detringer gemacht hat? Nein, kann ich nicht. Da kam. Kann jeder auch mal. Kann jeder auch mal. Aber dann geh ich mal zu. Ist voll witzig. Ja. Aber was gibt's denn da? Ja. Da gibt's Geld, ne? Ja, holen wir uns Geld. Wann war? Wann war? Wir müssen... Wir brauchen C4. Wir müssen C4 suchen gehen, wann war. Ja. Hat ein Traitor für uns zuflicht C4? Wir müssen den Tresor knacken. Ja, genau. Wir müssen den Tresor aufsprengen. Wir brauchen C4. Würdet ihr Reaper töten? Weil ich schaff das bestimmt nicht. Warte mal. Ach ne, das ist die Innocent-Leiche. Von dem genau. Oh, sorry. Ja, wow. Danke, wann war. Ja, du bist da gerade aufgetaucht. Dann war's. Ich wurde gerade aufgetaucht. Die ganze Zeit hinterher. Ich hab grad aufgetaucht. Das ähm... Da liegt ein Snail. Ja gut, das passiert manchmal. Das... Da... 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 Da ist ein Ickse. Das heißt... Wo ist Reaper? Also für mich einer von euch beiden ist es noch und... Da ist Reaper. Oh. Hä? Du tot. Oh, ich hab... Warte, du... Nein. Ach man, die war fürs Scheiße. Also ich hatte einen super Diskumulator. Ich hatte auch einen super Diskumulator, Alter. Oh, Reaper. Da hab ich nicht echt... Und Exit? Nein, hast du nicht. Also hör irgendwo auf, irgendein Blödsinn zu labern. Du hast mich gar nicht gesehen. Ich bin gelaufen. Ganz normal gelaufen. Wenn du mich da bist... Ich stand vor der Tür. Du bist vor der Tür. Zurück. Einmal vor zurück. Alter. Ich guck's mir an. Ich guck's mir an. Na guck ruhig nach. Ich war nicht am Shop. Aber Cyber, als wenn das kein... Traitor-Raum war. Das war kein Traitor-Raum. Echt nicht? Oh, Tatsache. Ja gut. Okay. Da war ich mir nicht zu 100% weg. Aber es sah nach einer hohen Wahrscheinlichkeit. Ich hab ne Idee. Ich werd auch immer verdächtig zu shoppen. Was? Fässer runter tragen wie drauf ballern? Nee. Vielleicht gibt's so was wie auf Bank. Was ist auf Bank? Auf Bank gibt's doch... Ist der so dumm gerade? Nein. Da gibt's doch so ein Ding, wo man den Tresor mit öffnen kann. Ja ne Karte hast du... Ja 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 die gibt es hier auch. Glaube ich. Glaube ich. Da bist du. Äh doch. Ein doch da Jojo. Hi Jojo. Hi Jojo. Achtung auf eurem Sänger von 2005. Welcome to the Aufnahme. Danke. Ich komm ja grad von der Aufnahme. Wo kommst du? IFA. Internationale Funkausstellung. Ah. Klugspannend. Ja ich hab äh... Ach sooo. Ich hab ein Razer Hals. Äh so ein Razer Schlüsselanhänger. Razer Tasche. Razer? Predator Armband. Predator Spray Tattoo. Wir haben erstmal ein Snail aus der Ecke rausgekommen. Gibt's, wenn du willst einfach nur Razer Product Placement machen. Razer ist das beste Produkt dieser Welt. Das sag ich ganz unabhängig davon, dass ich dieses Produkt nutze. Und ich hab dir immer eine Insti da reingeworfen in jeder verdammten Rund. Äh. Reicht nicht. Unabhängig davon, dass ich Razer benutze. Es ist das beste Produkt dieser Welt. Ich hab auch einen Razer. Ja gut. Dafür kriegst du jetzt 500 Euro von Razer. Das wär so ein Traum ne. Mir würde so eine Frau von Razer reichen, die da rufstatt. Was passiert? Okay. Das ist bei Recht nix, ne? Okay, wer ist jetzt von euch? Und dann hab ich noch ein Foto von mir und nem Kollegen. Bei Kaspersky genau. Ja, wie sieht's denn die ganze Zeit auf mich? Ja, warum bei Kaspersky? Keine Ahnung, die haben sich gefragt, ob du ein Foto machen willst. Hast du dieses Antivirusprogrammpaket in der Hand gehalten. Und in der Sekunde, wo die ein Foto machen, steht hinter dir auf diesem Bildschirm so ein Typ mit einer Kapuze, der so alle Hacker darstellen soll. Wann was hast du da? Warte, guck mal. Das sieht doch exakt so aus wie dieses rote Ding hier. Was sieht aus wie das rote Ding hier? Ne, das Ding hier, was hier liegt. Hey cool, ich hab noch einen Man-Hack. Ne, zwei sogar. Hey, da müsstest du ein Ding da hinlegen hier. Hey, wir brauchen das, 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 das Telefon. Bin nochmal kurz weg. Hey, das hab ich grade gesucht, war das Problem. Ja, Rebo, warst du nur da hin? Sonst hab ich vorhin durch die Gegend gepfeffert. Na wunderbar. Ich hab übrigens nur 16 HP. Wo? Irgendwo hier oben. Na, was machst du da? Ich hol mir das Püppchen. Ich hol mir das Püppchen. Okay, das Püppchen kann man nicht nehmen. Was ist ein Püppchen? Was ist ein Püppchen? Na, na, wo ist es ein Püppchen? Und wie ein Detektor-Püppchen. Durch das iPad und das iPhone. Ach, du hast schnell erschossen, Exel? Warte, ich wurde von Man-Hacks angegriffen. Achste. Hier liegt ein Man-Hack rum? Oder was ist das? Und Reaper ist auch... Ach, das ist ein toter Man-Hack. Die anderen wurden nicht von Man-Hacks angegriffen. Such das! Ich wurde von Snail direkt mit einem Fass angegriffen. Ja gut, du bist auch Püppchen. Das heißt, nah wo der Wan-Wa. Hä? Aber Wan-Wa hat mich gerade schon gebraucht. Ich hab das iPhone. Ja, Cyberbot hat sogar recht. Snail hat ihn wirklich angegriffen. Ich hab das iPhone. Das iPhone. Er hat auf Snail geschossen, bevor Snail tot war. Ja, wie gesagt. Und ich glaube, wenn man da nämlich oben... Und von Man-Hacks wirst du nur angegriffen, wenn du Indo bist. Achtung, Achtung. Bitte mal kurz mich töten. Ganz wichtig, ganz wichtig. Bitte nicht töten. Das heißt, Narbo oder Wan-Wa. Narbo geh hier einfach weg und such Wan-Wa. Wan-Wa ist hier da vorne Reaper gerade entgegen gekommen. Ja, ja. Der hat mich gesehen. Ja, und einer von euch beiden ist es. Von Atmo? Ja, wie gesagt. Reaper hat Snail getötet. Cyberbot hat Snail angeschossen, wurde von ihm angeschossen. Und ich wurde von Man-Hacks angegriffen. Sagen die anderen das auch? Das hast du sogar gesehen, dass sie von Man-Hacks angegriffen wurde. Du hast sie sogar zerstört. Was habe ich hier noch alles im Naht? Das heißt denn nicht? Ach, da ist das iPad. Man-Hacks werden wirklich... Ich glaube, das iPhone lief schon mal. Und das iPad habe ich gerade geführt. Da habe ich noch einen Hacker von Lenovo. Warte, warte, warte. Ich doch nicht. Nein. Nein. Ich habe es doch gesagt. Wir brauchen euch. Weil... Ich komme! Ich komme! Aber Snail, was hast du getan, dass du so schnell entdeckt wurdest? Das ist ein Maus-Pad ungefähr. Was? Was hast du getan, dass du so schnell entdeckt wurdest? Ah, die Manics. Manics. Ach, Gottchen. Ja, wo komm? Ich habe alles außer die zwei letzten Dinge habe ich schon mal überall gesehen. Okay, versuchen wir in dieser Runde diese ganzen Dinge aufzudämmeln. Ja. Wir brauchen das Handy, das iPad... Das Handy, das iPad... Und das komische Maus-Pad sucht. Genau. Das Maus-Pad sucht. Das Maus-Pad sucht. Nee, das öffnet... Ich glaube, das öffnet einen Raum, wo du einen Trailer-Tester drin hast und alles. Nein, da war es nicht mehr drin. Nein, da war es nicht mehr drin. Nee, ich glaube, ich habe das gelesen, als ich mir die Map downloadet habe. Da stand irgendwas von fünf Teile suchen und dann... Ja, trotzdem will ich das rausfinden. Nur egal. Ah, bestimmt. Und ich sag, damit kann man den Tresor unten öffnen. Wir haben das iPad! Ah, ich weiß nicht, dass... Ja, da ist ein Trailer-Tester drin, wann war. Ja. Und Waffen. Ja, ich habe das Ding hier. Ich habe das Ding hier. Das ist... Sieht aus wie ein Schneidebrett von der Küche. Gut, das nehmen wir mit. Das schwarze brauchen wir. 90% Traitor, wer gibt mir die letzten 10 Gruppen? Niemand. Wir bauen hier dieses Ding zusammen. Also, ich habe ein Autogramm von Muri. Könntest du das Fass entschärfen, bitte? Der Typ, der die LCS spricht. Ich würde jetzt Fässer entschärfen. Ja, wir sehen sie dahinter, ist mir egal. Wer auch immer dahinter ist oder weggehen. Mann! Wir müssen da nicht hingehen! Nicht hingehen! Nicht hingehen! Mein Gott. War intuitiv. Ich werde mich ein bisschen zusammenbauen. Der Snail-Shoppt. Dann hör auf! Und was brauchen wir jetzt noch? Äh, das iPad, das Handy. iPad haben wir. iPad haben wir. Und auch eine von diesen beiden Formen. Ja, diese Formen brauchen wir. Wir brauchen dieses Fett, der schwarze Schneider. Ich weiß nicht, wie die Dinger aussehen. Sieht aus wie so ein Küchenbrett. Ich bin bei... Sneh, du gehst auch weg von hier. Nicht hier shoppen oder sonst was. Du gehst hier nicht. Ich bin bei, wie Mr. Wann war. Wer die Wann war. Ich glaube, Sneh shoppt da hinten gerade. Und Sneh, die iP... Sneh, ich glaube ich auch shoppen gesehen. Ja, Sneh, Sneh, lass das iPad und alles liegen. Wir möchten dieses Ding zusammenbauen. Wenn ich was zusammenbauen will, lass dir das nie in Ruhe. Aber diesmal ist alles anders. Die Traitor haben sich ja, glaube ich, auch nicht dazu geäußert. Okay, durch noch eine Diegel. Schön für dich, ich habe keine. Nein, ich habe keine. Fuck. Ich habe nicht meine Pistole. Oh, jetzt schon. Meine Diegel, meine Diegel, meine Diegel. Ähm. Bye, Reaper. Bye, Reaper. Wo ist dieses Küchenbrett? Ich suche das Küchenbrett auch gerade. Such doch mal diese Form. Ist das hier nicht... Ja. Ihr spielt gerade eine Map von Payday 2, oder? Von Payday. Nicht von Payday 2, aber zum Payday. Oh, jetzt noch eine Diebe. Die erinnert mich an Payday 2. Ja, das ist sogar eine Mission, wo ihr das Eis sammeln müsst. Eins liegt meistens in der Küche, dann Schlafzimmer und... Ah, ich habe die Form gefunden. Ne Form. Gott, ich suche... Ich gehe mal ins Schlafzimmer dann. Was ist das denn? Das... Ne, ich bin... Ich bin hinter WANBAR. Der hat's WANBAR gefunden. WANBAR. Ich... WANBAR. 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 Ja, das ist die Payday 2 Mission. Ich hab sie. Ich hab das Brett. Ah, gut. Dann müssen wir ja gleich alles haben. Ich kann euch sagen, was das öffnet. Ja, den Tresor? Ja, den Tresorraum. Ja, den Tresorraum. Und das ist Payday 2 Map. Keine Payday 1 Map. Ja, Payday 1, Payday 2 ist halt das zuhör. Ich hab das Brett. Äh, ich ende zu mir in halt die Leiche hier. Ich hab das Brett. Ich hab das Brett. Warte, wo ist ne Leiche? Wo ist das... Wo ist das iPhone? Da ist mir ne Leiche entgegen. Äh, wo ist das iPad? Da ist das. Ja, ich hab grad ne. Ich wollte das iPhone. Oh Gott, das iPhone. Ja, das kleinste Ding zum Schluss. Geil. Na wunderbar. Also da wo ich es das letzte Mal gefunden hab, da ist es nicht. Da hab ich schon mal... Das ist immer random. soll ich euch helfen als spectator oder ja ich glaube das kann man machen ja ich glaube das ist legit unfair applaus dafür so richtig fies macht man doch nicht warte mal in der küche ist es nicht ist das ding hallo ohne das sind ja noch zwei leute ach hier ist das schlafzimmer warte mal weiter rica sag mal hast du dir jetzt auch den newton launcher noch geholt das war der friendship beam oh sache ist er nicht reingucken ich mache mir was du das iphone zusammenbauen ist es jetzt die letzte runde oder wie viel unten kommt noch Letzte Runde, ja. Ja, ich darf noch mit der letzten mitspielen. Ja, jojo. Mit der letzten Runde zusammen. Jawoll. Banda, wir kriegen das jetzt hin. Ja. Ich tausche Double Barrel gegen alles, was da ist. Ey, schieß mich hier an. Oh, ich tausche, ich würde ein Double Barrel nehmen. Wo bist denn du? Ja, direkt vorne. Ja. Eine Double Barrel. Ich hab das iPad schon wieder. Was? Es geht dir nicht hochgehen. War das richtig ungewohnt jetzt mit der eigenen Monster zu spielen? Ich hab vorhin ein bisschen beim Intel Stand äh, Loll gespielt. Ranked. Und da war ja alles anders. Größerer Bildschirm, andere Tastatur. Größerer Bildschirm. Oh! Loll! Die Teleportgang! Die Teleportgang! Andere DPI und alles. Ach, wir haben einen DT. Ey, komm jetzt auf nochmal. Ey, trifft, trifft mich! Ja, ja. Sag bloß, du hast verfehlt. Ach, jetzt hab ich keine Motion mehr. Hast du das Brett? Ach nee, das ist die Form. Ja, ich weiß nicht. Brettform, für mich ist es ein Küchenbrett. Brettform! Das Brett ist viel größer. Ach, du meinst das ganz große Ding. Das aussieht. Ja, das ist das Brett. Ja, der Fernseher für mich. Glaubst du gar nicht, dass man das anzeigen kann? Kann man hier jemandem irgendwann mal das iPhone finden helfen? Was? Wow! Ich wusste ja, dass es tut. Lol. Braucht man eine Maus? Nein, man muss eine Maus. Ich suche schon die ganze Zeit, dass irgendwas, dass ich hier irgendwas finde. Ja, Julio, guck. Ich hab in Paydays das hier alles viel schöner gemacht. Da kann man sich wenigstens umgucken. Da kann man sich wenigstens umgucken, ja. Nur mit den Wachen und die dich auch spotten. Und ja, ist auch viel lang lieber. Ja, aber da hast du viel mehr Zeit, dich umzugucken, weil du halt an manchen Stellen sitzen bleiben musst. Hey, Mann, komm schon! Ich hab ne Cappy gefunden. Die hab ich auch schon gefunden. Ich kann uns nicht einfach zusammenbauen lassen. Hm. Hm. Ah! Was ist denn jetzt los? Da oben ist jemand aggressiv, sobald man, glaub ich, da hinkommt. Hä, Snail? Ja, Snail hat... Äh, im Bereich. Hä? What the fuck? Kann es sein, dass Snail schon tot ist und niemand seine Identität hat? Oh, das ist mutmöglich. Sioli. Da... Ich hätte jetzt gesagt, äh... Aber ne. Hä? Na, Reaper? Mach du doch deinen Zweck da oben alleine. Alles... Ein bisschen... Verwirrend. Ja. Das Wort hab ich gesucht. Wir müssen ja da hoch, wenn das was keiner bauen hat. Naja. Alter. Okay. Hey. Hey, hey, hey. Was hast du da ne Arzt, Mann? Das ist ne Double Babble. Als Obmann. Ja. Dann tut's mir leid. Haha. Leute. Das sieht nicht mal an, er hat aus wie ne Double. Doch. Ex. Ex, wasch ihn mal. Da oben wird grad jemand umgebracht. Ja, egal. Bring Rieker um. Du auch. Oh, was denn? Wer? Was ist das? Ich hab ihn doch umgebracht. Ja, ich hab's nicht gebraucht, aber da ist nichts passiert. Man kann's nur werfen, wenn man jemanden anzieht wie bei der Double oder was. Ich hab ihn doch umgebracht. Nein, das kannst du werfen, weil du rechts... Äh, Excel, ab und... Ich hab rechts gelegt. Ja, ich muss sagen, bis zum nächsten Mal und ciao. Tschüss. Tschüss. Ich bring...